und ich zeige dir heute wie du aus so einer tabelle oder so einer tabelle eine schöne pivot tabelle machen kannst mit der du dann sogar noch rum spielen kannst und deine eigenen auswertungen machen kannst ganz nach deinem geschmack aber noch mal zurück was ist denn überhaupt eine pivot tabelle und wozu braucht man das stell dir mal vor du hast eine große kiste voll mit spielzeug sowie das hier und du weißt aber nicht genau welche spielzeuge du hast und wie viel von jedem also musst du jedes spielzeug aus der kiste nehmen und einzeln zählen das dauert sehr lange und ist anstrengend wir excel experten die noch keine pivot tabellen kennen wir wollen zum beispiel wissen wie viel verkäufe habe ich in dem und dem jahr gemacht und dann filtert man immer irgendwie so ein bisschen rum und guckt sich dann die gesamtsumme aus der spalte an das ist sozusagen das äquivalent manuellen zählen vom spielzeug die pivot tabelle sortierte aber diese sachen für dich in so häufchen in grüppchen und sagt dir dann direkt wie viele du davon hast also er nimmt dir das ganze filtern ab und du kannst dann eben sogar eigene häufchen bilden wie zum beispiel hier wenn ich sage ich möchte nur die region haben oder ich möchte regionen in verbindung mit verkaufsjahr haben oder ich möchte regionen hier als zeilen und verkaufsjahr als spalten oder ich will dann noch das produkt mit drin haben also du siehst es ist unglaublich wir haben immer hier die 34.000 insgesamt aber es ist egal wie wir die sachen hin und her schneiden es ergibt immer 34.000 aber wir haben eben alle möglichen schnittmengen die wir uns überhaupt vorstellen können so wie mache ich sowas denn überhaupt und das ist erstaunlich einfach dafür lösche ich die jetzt erstmal wieder und ich habe jetzt hier zwei tabellen vorbereitet einmal hier eine ziemlich komplexe tabelle die ich auch in meinen excel kursen verwende auf udemy und mal eine einfachere tabelle da könnt ihr das noch was besser sehen also hier haben wir namen von verkäufern und verkäuferinnen regionen drei verschiedene produkte verkaufsjahr und umsatz und ich hatte es ja eben schon gesagt wenn du jetzt wissen willst wie viel umsatz habe ich gemacht im jahr 2021 dann machen die meisten das so die hauen sich hier erstmal ein autofilter rein dann filtern die hier auf das jahr 2021 und schauen dann halt nach und dann steht es hier unten rechts 3000 oder 13.400 das hat aber sehr viele probleme einmal sehr umständlich hast ja gerade gesehen und verlierst ja auch immer wieder die daten weil wenn du jetzt ein anderes jahr der anschaust 2022 ist halt das jahr 2021 wieder weg und die meisten kollegen kolleginnen die ich kenne die schreiben sich das dann irgendwie auf den zettel oder sowas oder kopieren sich das raus und das natürlich schade um die schöne lebenszeit und in der pivot tabelle kannst du dir alles gleichzeitig anzeigen lassen dazu markiere ich erstmal hier einfach die ganzen spalten das ist so der einfachste weg markiere die spalten von a bis e dann gehst du hier auf einfügen drückst hier auf pivot tabelle oder hier steht es englisch pivot table sagst dann wo die daten herkommen ja das ist das was ich hier sowieso markiert habe passt wo die daten hin sollen da nehme ich eigentlich immer oder fast immer neues arbeitsblatt jetzt rück ich auf ok also es wird ein neues arbeitsblatt erzeugt mit so einer leeren tabelle und jetzt kannst du eigentlich auch schon loslegen die zeilen und spalten da kommen dann die wörter rein nach denen du gern filtern willst also zum beispiel ich möchte ja nach produkt filtern oder ich ziehe das produkt wieder raus ich möchte gerne nach verkaufsjahr filtern oder ich möchte eine kombination haben aus produkt und verkaufsjahr also das eine als zeilen das andere als spalten und hier und rechts in die werte da kommen die sogenannten kennzahlen rein also das was ausgerechnet wird also zahlen und das ist jetzt hier in dem fall kommt nur 1 in frage und zwar umsatz hier ziehe ich den umsatz rein und dann sagt er hier ok hier hast du alle möglichen kombinationen und fertig 34.700 und wie gesagt die privottabelle rechnet das eben jederzeit neu aus wenn ich jetzt denn das produkt wieder weg nehme steht hier immer noch 34.700 aber weniger kombinationen wo habe ich das jetzt gerade hin gezogen in diesen filter der filter ist eine ganz schöne sache wenn du felder hier rein siehst wie zum beispiel produkt hast du hier oben so ein drop down filter und kannst damit dann deinen ergebnisraum einschränken wenn ich jetzt zum beispiel sage nein ich möchte nur produkt haben und zwar bezogen auf die ganze tabelle klar dann habe ich nicht mehr 34.000 sondern nur noch 11.000 oder ich möchte die ganze tabelle nur für produkt b sehen dann habe ich halt 9000 noch eine sache ich hatte eben habt ihr das in euro darstellung gesehen da kann man hier rechte maustaste da kannst du hier gehen auf zahlenformat das gilt dann für die ganze kennzahl also für den ganzen umsatz habe ich eben währung angeklickt so sieht besser aus und noch eine wichtige sache wie aktualisiert man die privottabelle wenn ich jetzt hier die zahlen ändere also zum beispiel ich mache hier eine ganz andere zahlen aktualisiert sich die tabelle nicht von selber sondern du musst jedes mal entweder mit der rechten maustaste hier auf aktualisieren drücken oder du markierst irgendeine stelle in der pivottabelle gehst dann hier oben rechts auf pivot table analyse und drückst dann hier auf aktualisieren